was ursula wertige prinzesse so ja freund ist gar nicht im sport zu kommen zurück neue runde der daylight crazy hoffen die aufnahme noch am laufen ja 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 die leute muss da ist klar du brauchst du garten aus dem garten wieso willst du im garten also geht sie im garten kacken spaß macht die treten sind ja ganz ein paar paar streichelzer einsteller sagt der igel wurde jetzt hier alle guten dinge sind drei in der anderen was was fürs auge so der live stream ist gerade wieder an was auch ab 18 geschaltet ja ab 21 gibt es überhaupt so was haben wir den killer aber was genau gibt noch kein gesehen der geist glaube fänger überall hängen weiß aber trotzdem in die scheiße ja und sagt ich hab ich kenne mal zum teufel so dass jetzt sein wau lachkiller leckten übelst kotz tüte die disco Oh, traust du dich auch endlich mal an den Generator, ja? Ja. Nee, das ist der Föhn! Na, das ist Spirit. Spirit? Spirit. Der Föhn ist Spirit. Virus, lauf mal zurück. Der, was die Musiker machen kann, dann nur dann schnell rennen. Das japanische Kampf-Mumu. Genau. Ninja-Frau. Oh, Mann. Jetzt geh ich drauf. Uh, Virus geht drauf. Gott sei Dank. Oh, blöber! Ja, und den Palettenkampen, das ist klar. Da hinten ist ein Jen, einfach gerade ausgelaufen. Ich weiß. Ich seh das. Ja. Hey, ich war doch dran. Ach so. Es leckt. Ach. Ach. Ja. Da hat's grad geleckt, ey. Junge, das war ja nicht feierlich. Guck mal, immer noch kein Generator fertig, ey. Mann, was macht ihr denn? Was denn? Schon zwei. Schon der zweite. Wow, jetzt erst. Ich bin ja nur am rummeckern. Hehehe. Hehehe. Heftig, das leckt, ey. Ja gut, der hat auch gerade 120er, 160er Pinger. Ihr seid alle da hinten, einer muss hier rüberkommen. Oh Gott, ich versuch's rüberzukommen. Nein. Sonst geht das nicht. Da ist ne Verbandskasse drinnen im. Verbandskasse. Alles klar. Ne Verbandskasse. Alter. Wie krass das leckt. Ich bin jetzt fast bei dir. Heimlich direkt. Ich sehe sie. Oh. In der Frau. Sie sehe ich nie in der Frau. Wir haben direkt eine Arthur Nerf. Alter, es leckt so mega fünster, das ist krass. Hehehe. Ich weiß. Ich war gerade über der Palette schon weg und stand auch immer wieder vor der Palette. Ja. Ist sie noch bei dir? Ne, ist weg. Jetzt werden näher aus sich. Sind alle weit weg. Einer kommt jetzt angerannt. Ich sehe ihn. Sie kommen zurück. Oh. 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 Ja. Genau. Geh mir jetzt. Geh mir auf den Nüsse. Pusse. Die hat echt Haare auf der Zähne. Hehehe. Ups. Peros hängt sie bei mir ab. Ich bin mein Jam grad aus. Ey. Watt. Wie bist du denn? Ey. Wie konnte die mich nicht nennen? denn jetzt kriegen das zweite war so ein generatoren ihr müsst die dinger durch pusten jetzt bin ich bin dabei ausgangstor aufmachen und dann mich runterholen ich habe leider auch mit dem survivor kein bt drin nicht runterholen nicht runterholen erst generatoren werden machen ausgang aufmachen ganz wichtig ja hälfte jetzt erst ja da muss ich mich runterholen da hinten rennt einer hallo und wir heute haben mit dem haare aufzählen ist hier links am generator holen wir mal runter ich hab so das gefühl sie hat müde bei hallo ich dachte du machst du hast ein generator das war ein tot und fertig heil mich heil mich heil mich kann ich nicht heilen ja ne ist klar du bist jetzt voll weg die klitscht am boden ist aber auch komischerweise immer nur wenn sie einen verfolgt ne ich häng da wo ich virus abgehangen hab ja die kämpfe jetzt macht es uns klar die hat mich war kinken ich mache den generator jenten ja war nervig du weißt wo er generator ist da wo er dran gesetzt ja geh weiter rechts da ist einer den habe ich okay hängen ab ja ich habe ich habe ich habe herzschlag links von mir ja die kommt sie kommt sie kommt die gut dass sie so weit auseinander sind super lass mich erst einmal kannst du gleich abhauen nein nein mein manchen ja dann ist halt gleich wieder ja dass wir fliegen dann ausgang 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 leute sucht ausgang lass mich dich erst heilen ja da hinten ja da ist hier ja leck 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 das ist eine ganze hohe ecke hier da kommt sie das wird knapp das wird sehr knapp das wird ganz knapp nein das habe ich nicht das ist fast offen ja leck des todes nein disconnect die machten die sie doch nicht ja wie sie aber kommst dabei du hast keinen leck hat ne ja lauf 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 komm 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 bitte alter das leckt ja ich weiß gott sei dank ey ich bin auch raus tja crazy wer ist aber mit zu dem anderen ausgang gelaufen besser safe gewesen ja egal naja wenn man halt unfair mit leckchen gespielt das ist nicht verwunderlich so mit diesen worten ist die aufnahme beendet tja ja ihr könnt noch was sagen tschüss tschüss gute tja 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 tja